Und glaubt wirklich nicht, dass es für mich jetzt einfach ist, für euch da zu sein, zu stehen und über Griechenland und über uns zu sprechen. Vor allem nach dieser Musik, die wir jetzt alle gemeinsam gehört haben. Es ist eine Musik, die uns an sehr starke, harte, aber erfolgreiche Kämpfe unserer Bevölkerung erinnert. An die sehr großen Kämpfe unserer großen Befreiungsarmee und unserem großen Widerstand in Griechenland während des Zweiten Weltkrieges. Aber auch die Kämpfe, die Generationen vor mir gemacht haben während der Militärdiktatur. Wo auch damals in sehr vielen Plätzen Europas auch viele tausende Leute sich versammelt haben und sich mit Griechenland solidarisiert haben. Wir haben uns wirklich nicht gedacht, dass wir wieder in so eine Situation kommen werden, wo eine derartige Solidarität für uns nochmal notwendig wäre. Zum Glück haben wir es. Zum Glück haben wir es und das ist nicht nur für uns gut, das ist für alle europäischen Völker gut. Die griechische Bevölkerung hat sich bei den letzten Wahlen deutlich und kräftig entschieden. Gegen Kürzungspolitik, gegen Sparpolitik, gegen Austeritätspolitik. Und diese Entscheidung ist nicht nur für uns Griechen sehr wichtig, diese Entscheidung ist für uns alle Europäer sehr wichtig. Wir haben natürlich in Griechenland die Krise am stärksten gespürt, wir spüren sie noch immer. Wir haben zwar nach den Wahlen unser Würde wieder zurückgewonnen, unser Lachen wieder zurückgewonnen, unsere materielle Lage hat sich aber noch nicht geändert. Und dieser harte Kampf, um auch der Bevölkerung ihre materielle Lage zu ändern, machen wir jetzt gerade. Die griechische Regierung, die Syriza Regierung, die gleich nach den Wahlen zustande gekommen ist, hat vom ersten Tag an, von der ersten Stunde an einen sehr harten Kampf bekommen, sehr harte Diskussionen. Eins gegen allen. Die Diskussion bei der Eurogruppe ist 18 zu 1 und nicht 17,5 zu 1,5. 18 zu 1. Und es geht wirklich nicht um eine ökonomische Diskussion. Es geht wirklich nicht darum, ob Griechenland ihre Schulden zurückzahlen wird oder zurückzahlen kann. Es ist ja bekannt, dass es unmöglich ist, diese Schulden zurückzubezahlen. Es geht darum, ob diese neue Hoffnung, die in Griechenland entstanden ist, auch andere Völker, andere Staaten, andere Länder Europas auch infizieren. Das ist die Gefahr, die gefährliche Infektion. Und nicht das, was die Europäische Zentralbank sagt oder der Herr Schäuble sagt. Die Gefahr für die Eliten ist, dass hier auch der deutsche Syriza gewinnt, dass in Italien der italienische Syriza gewinnt, dass in Spanien der spanische Syriza gewinnt. Und wenn ich Syriza sage, meine ich nicht, dass überall ein Syriza entstehen wird. Aber wenn wir wirklich der griechischen Bevölkerung und der griechischen Regierung solitari sein sollten, wir müssen versuchen und alles in unseren Händen, was in unseren Händen steht, tun, um die Kräfteverhältnisse in jedem einzelnen Land zu verändern. Wir müssen die Kräfteverhältnisse europaweit ändern, weil es handelt sich nicht um einen Kampf zwischen Deutschen und Griechen. Es ist kein nationaler Streit zwischen Griechen und Deutschen. Es ist ein Streit von Arm und Reich. Es ist ein Streit von oben gegen unten. Von unten gegen oben. Und diesen Streit müssen wir gewinnen. Die griechische Bevölkerung hat ihren ersten Schritt wirklich getan. Aber um den Krieg zu gewinnen, der gerade begonnen hat, reicht das nicht. Es ist wirklich sehr notwendig, dass die griechische Bevölkerung hinter ihrer Regierung steht. Und bis jetzt haben wir das zum Glück. Weitere Teile der griechischen Bevölkerung, viel mehr Griechen als Syriza gewählt haben, stehen hinter der griechischen Regierung jetzt und unterstützen sie in dem, was sie sagt und in dem, was sie vorhat. Wir brauchen aber eine europaweite Mobilisierung gegen die Kürzungspolitik. Und diese Mobilisierung hat heute hier begonnen. Es ist wirklich ein sehr großer, sehr wichtiger Schritt, der heute hier in Frankfurt getan wurde. Wo so viele Bewegungen aus verschiedenen Ländern Europas hier sich zusammen getroffen haben und friedlich demonstrieren, um eben diese Hoffnung auch zu einer europäischen Hoffnung zu verwandeln. Und wir dürfen diese Chance wirklich nicht versäumen. Wir dürfen diese Chance wirklich nicht verlieren. Die Eliten werden alles tun, dass die Syriza Regierung fällt, dass sie kollaboriert oder weg vom Fenster kommt. Und warum? Damit eben kein Beispiel da ist. Damit kein Beispiel für Deutschen, damit kein Beispiel für alle Europäer sozusagen entsteht. Deswegen sagen wir, der Streit, den wir machen, ist nicht unser eigener Streit. Es ist ein Streit für uns alle Europäer. Und ich möchte mit einem Satz Schluss machen. Das Beispiel von Syriza zeigt, dass es in der Politik wirklich alles möglich ist. Wir waren bis vor kurzem eine ganz kleine Partei. Wir haben vor drei Jahren, vor vier Jahren gekämpft, um ins Parlament zu kommen. Und jetzt sind wir eine Partei, die die Regierung stellt. Das heißt, Interpolitik ist bitte alles möglich. Steht auf, geht auf die Straße. Heute vereinen wir uns auf unser gemeinsames Ziel, das nur eins sein kann. Gemeinsamer Kampf gegen die Austeritätspolitik. Und wir werden sicher, ja, unser gemeinsames Haus, Europa, im richtigen Weg hinbringen. Und der richtige Weg ist ein friedliches Europa, ein soziales Europa, ein umweltfreundliches Europa. Das ist unsere Vision, das ist Europa, das wir wollen. Und es ist das Europa, was wir sicher mit der Hilfe, die jetzt mit dem guten Wind, der vom Süden kommt, auch erreichen werden. Machen wir weiter so. No, pass her an! I protest. Liebevolle Revolution. Amen.